In der Textilbranche gibt es unzählige Siegel, die auf der Webseite siegelklarheit.de teilweise sehr gut bewertet werden. Ende 2019 wurde ein weiteres staatliches Siegel eingeführt, der grüne Knopf. Dieses Siegel überprüft zwei Bereiche. Zum einen muss das Unternehmen nachweisen, dass es menschenrechtlich, sozial und ökologisch verantwortlich handelt. Zum anderen werden auf der Produktseite 26 Kriterien bewertet, wie etwa Schadstoffbelastung und Luftverschmutzung, Einsatz von Kinderarbeit und Zahlung von Mindestlöhnen. In der Textilbranche gibt es unzählige Siegel, die auf der Webseite siegelklarheit.de teilweise sehr gut bewertet werden. Ende 2019 wurde ein weiteres staatliches Siegel eingeführt, der grüne Knopf. Dieses Siegel überprüft zwei Bereiche. Zum einen muss das Unternehmen nachweisen, dass es menschenrechtlich, sozial und ökologisch verantwortlich handelt. Zum anderen werden auf der Produktseite 26 Kriterien bewertet, wie etwa Schadstoffbelastung und Luftverschmutzung, Einsatz von Kinderarbeit und Zahlung von Mindestlöhnen. In der Textilbranche gibt es unzählige Siegel, die auf der Webseite siegelklarheit.de teilweise sehr gut bewertet werden. Ende 2019 wurde ein weiteres staatliches Siegel eingeführt, der grüne Knopf. Dieses Siegel überprüft zwei Bereiche. Zum einen muss das Unternehmen nachweisen, dass es menschenrechtlich, sozial und ökologisch verantwortlich handelt. Zum anderen werden auf der Produktseite 26 Kriterien bewertet, wie etwa Schadstoffbelastung und Luftverschmutzung, Einsatz von Kinderarbeit und Zahlung von Mindestlöhnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017